was für ein tag hier in rf4 oder besser gesagt vor rf4 denn wir kamen ja alle gar nicht rein jetzt sind wir endlich wieder drin das heißt wir machen uns gleich sofort hier an der alten festung wieder auf an den guten altspot den man natürlich immer wieder besucht nach server neustart und wir schauen mal eben in die patch notes rein also legen wir los schauen wir mal rein hier in die patch notes bis zum abend haben wir ja noch ein bisschen zeit und gehen in der zwischenzeit schon mal zum spot die patch notes es wurden ein paar sachen verändert die ja ich sag mal vielleicht für leute interessant sind die viel mit der tastatur spielen gibt es das maybe oder ausschließlich vielleicht sogar also einstellmöglichkeiten wurden reingebracht dass man zum beispiel implementierte alternative zu der mausrad steuerung der bremseinstellung als auch der einholgeschwindigkeit der rolle auch die wurfweite der flora schleudern der bohle vom bohle rohr und so weiter und so weiter das geht es alles mit der tastenkombination alt plus plus alt plus plus alt plus minus alt und minus alt und plus sozusagen also mit der tastenkombi geht das ganze also das wird gemacht dann wurde was ganz praktisches gemacht das heißt wenn man hier unterwegs ist und gerade irgendwie was snacken will muss man jetzt nicht mehr durch fünf seiten keine ahnung gurken durch scrollen oder irgendwelche kummer hier portionsweise portionsweise käse seitenweise knoblauch was nicht alles das ist jetzt schön hier komplett gesteckt man hat sofort hier die übersicht 224 gurken schön gurkchen alter und dann rein damit genauso auch hier bei den getränken und so weiter das ist alles schön gesteckt deutlich übersichtlicher sehr gut war dann war noch ja tunguska vodka box und kala vodka das ist jetzt nur noch gold köder bzw gold gold getränk da gibt es ja einen übelsten xp buff für wenn man damit unterwegs ist oder sich so ein ding reinzimmert dementsprechend teuer waren die ja auch immer schon aber auch die sind jetzt ich mache noch ein bisschen weiter runter aber auch die sind jetzt halt nur noch mit gold zu kriegen ja ich weiß nicht ob das jetzt irgendwie so schlimm ist bei solchen sachen finde ich das durchaus fair wenn man so ein xp buff sozusagen kriegt dass man dann sagt okay das ist dann halt nur mit gold irgendwie mit gold zu kaufen oder zu erreichen ja dann wurden auch so ein paar bug fixes irgendwie behoben mit der taschenlampe das nicht alles leuchtet hat und so weiter näheres gibt es natürlich auch im forum unter den patch notes jetzt gucken wir gerade noch mal eben rein gab es denn noch hier was mit den erweiterten server bla 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 nö da nur die info dass es heute sogar fast bis 17 uhr gedauert hat also im großen und ganzen war es heute den gesamten vormittag über er mau mit zocken leider keine chance dann gibt es noch eine sache mit dem menü da können jetzt die fähigkeiten tabellen listen mit der tastatur navigiert werden da schauen wir uns doch auch noch mal eben an können wir das jetzt gar ging das vorher nicht es geht tatsächlich mit dem pfeil tasten das doch schon mal ganz gut wst natürlich nicht aber in den pfeil tasten was gibt es denn noch für möglichkeiten wenn man hier vielleicht gefett fingert wenn man hier vielleicht auf fähigkeiten geht da hat man doch da kann man auch oder trophäen das nicht kann man das irgendwie mit tap hier durch die dinger kann man nicht naja also ich sag mal ich sag mal so kleinigkeit feinschliff sozusagen am gesamten system nice to have macht das ganze stimmiger und selbstverständlicher wenn man es so nutzen möchte ich glaube es gibt ja auch ja wenn man je nach auflösung zockt gab es glaube ich irgendwie manchmal schwierigkeiten alles zu sehen und wenn man das jetzt hier macht ist das doch schon mal ganz entspannt kann man denn das wäre halt noch interessant das hat mich halt auch immer wieder gefuchst dass man es nicht machen konnte na warte mal wo war das denn beim spinning war das doch immer so wenn man einen köder wechseln wollte hier das fuchst mir das ist das ist immer noch nicht dass man hier nicht einfach diesen da da den muss man irgendwie klicken und dann hat man ihn getroffen und dann kann man ihn ziehen hier das ist halt das ist halt ruhig also ich meine du hast eine million spin köder keine möglichkeit das irgendwie zu sortieren und dann hier nicht mal an der seite das scroll rädchen weil es halt immer unsichtbar wird es ist halt weg also katastrophe das ist das ist wild so ja also aal angeln kommen wir mal zu den wichtigen aal ja nach dem serverneustart immer wieder gerne aal testen wir hatten das glaube ich letzte woche gab es schon mal so ein bisschen die thematik lübt hier an der stelle der aal und ja es sind so mal der ein oder andere aal reingeballert ich hatte jetzt gerade in der vorherigen nacht da war jetzt quasi gerade die erste nacht nach dem nach dem neustart der server hatte ich hier direkt attacke vollgas mir hingestellt und habe hier die drei winkelpicker reingeschmissen mit anfangs zweimal fischfetzen und einmal tauwurm jetzt habe ich hier zweimal tauwurm und einmal fischfetzen dran und hatte tatsächlich auch schon in der letzten nacht aal 2,6 kilo und 1,5 nicht so schlecht die beiden die sind dann später im laufe des des vormittags quasi dann noch eingeballert zeitlich gar nicht so weit auseinander wenige minuten eigentlich nur auseinander und beide wie gesagt auf tauwurm beide auf tauwurm reingegangen deswegen jetzt zweimal tauwurm einmal fischfetzen auf das set gehen wir natürlich auch gleich noch ein und er hier relativ klassisch so gegen vier uhr nachts ist er dann reingegangen er halt so und vordert vielleicht was drei uhr nachts oder so also er so in den frühen morgenstunden zum abend hin war leider nix deswegen bin ich jetzt auch nicht groß überrascht dass es hier noch nicht anfängt zu bimmeln nachteil natürlich wenn man jetzt hier mit tauwurm steht es kann natürlich auch hinz und kunz beißen da kann natürlich in amur reingehen da kann schuppenkarpfen reingehen da können schläfergrundel draufgehen wobei die natürlich auch auf fischfetzen gehen quappen und wälse wären natürlich auch durchaus möglich dass sie mit reinballern von daher vom setup her nicht zu super fein gehen gucken wir mal eben rein nehmen wir mal das hier ich habe jetzt hier eine schnur gewählt eine hauptschnur mit zwölf kilo tragfähigkeit zehn kilo vorfach habe ich gemacht und nen 1er haken groß wir wollen die dicken alle also auch einen dicken haken ran damit so das ganze sieht hier dann natürlich ähnlich aus dann mit dem fischfetzen und auch hier wieder ähnlich auch da wieder mit dem tauwurm hier mal einen etwas anderen haken noch in verwendung aber im großen und ganzen kann man sich auch hier natürlich mit einem relativ leicht ins set noch hinstellen vielleicht mit dem starter set was man sich vielleicht schon gegönnt hat für 149 silber und auch nicht zwingend sind diese köder denn auch selbst mit einem selbst mit einem regenwurm oder mit einem mistwurm kann man hier auf aal gehen also nicht nicht immer denken ja man kann nur man muss nur vor nicht allzu langer zeit hatte ich mehrfach getestet mit mit mistwurm und ja auf dem mistwurm lüppte das auch ganz gut allerdings waren die tendenziell ein bisschen kleiner die aale so jetzt gucken wir mal ich würde sagen ich lasse einfach mal die die nacht jetzt hier durchlaufen hoffen wir mal dass da was rein geht dann wäre das ja schon mal nicht so schlecht und ansonsten werden wir sehen wo sich in den nächsten tagen der aal hin verzieht und da geht es los und da geht los allen und zack da ist schon mal drin gucken wir mal was es ist bin ich ja gespannt zieht auch ein bisschen der schlingel 1 3 macht er hier ein auf wild oder so wieder raus damit also clip habe ich gar nicht ich habe einfach reingeballert denkt ihr was aus 8 meter 9 10 je nachdem wo man halt stehen wenn ihr hier so stehst und davor das schilf wirft machte vielleicht eher 10 oder 11 wenn ihr hier so stehst knapp und direkt hier in die lücke werfen willst dann machst du vielleicht eher acht meter so halt aber so in in dem in dem bereich ganz entspannt so warten wir auf den nächsten der hoffentlich kein barsch ist und zack damals 7 uhr in game zeit und so langsam würde ich sagen lassen wir mal das angeln hier ausklingen theoretisch könnte ich jetzt hier vielleicht noch bis 10 uhr weiter sitzen auch da hat man durchaus die möglichkeit dass noch was rein geht aber im großen und ganzen geht hier nicht wirklich viel rein und es zu bild noch nicht mal irgendwas anderes also im großen und ganzen wieder er ein bisschen mehr ja es wurden auch schon wieder alle gefangen ja es wurden auch im chat im feuerabend chat wurden schon einige wieder gefangen tendenziell aber eher klein von daher immer noch ein spot den man mal testen kann ich würde mich hier allerdings nicht mehrere tage beziehungsweise in game tage also stunden hier hinsetzen und jedes mal die zeit sozusagen vertrödeln nur dafür dass man vielleicht dann die chance hat irgendwann mal den aal zu fangen da hat er mich noch mal gerettet alter das ist ja nett immerhin in der in der letzten minute alter in der letzten minute immerhin noch mal ein aal ist doch mal was dankeschön alten fairer aal aber wie gesagt so richtig der burner ist nicht nichtsdestotrotz sofort nach server neustart wenn ihr wisst okay server war heute neustart einfach direkt immer mal hier hin an diese stelle funktioniert eigentlich immer mal wieder und wenn man zeit wirklich probieren will auf die auf die brocken vielleicht auch hier mal test mit frosch oder mit vielleicht sogar krebsschwanz oder solchen sachen kleine fisch ist vielleicht einfach mal reinhalten mal so ein bisschen was anderes oder auf match oder auf der stippe hier kann man auch wunderbar somit mit 1,20 m 1,25 m tiefe ausjustiert eben auch mit pose angeln auch auf aal also auch das funktioniert so ich würde sagen das reicht 2 kg aal liegt so ungefähr bei 40 silber also gar nicht so schlecht von daher ist das ganz okay nichtsdestotrotz wenn man halt nicht so hoch ist vom level ich würde nach auf brassen angeln hier ich würde nachts am windenbach angeln auf alles was geht da macht man deutlich mehr silber mit peter ihr lümmels wenn noch nicht geschehen gerne den kanal abonnieren und daumen da lassen fürs video und wir sehen uns im nächsten video oder im live stream auf twitch montags mittwochs und freitags ab 19 uhr bis dahin bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video Bis zum nächsten Mal.